Bist-Fie-Styming. Pff... Säb-Fist-Timing. Hm? Du musst mich verharschen. Wieso kämpfe ich wieder gegen den? Komm. Wieso? 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 Ich habe keine Ahnung, wie es da jetzt herumbackt. Ich will nicht jedes Mal gegen Blatt kämpfen. Das ist total ätzend. Normalerweise müsste nach dem Kampf ein Speichelpunkt da sein, aber auf einmal keiner. Nein, wo ist der Zauber? Wo ist Zunichtung? Wieso geht das weg? Verkörperung nicht. Schuss wieder. Da, Verkörperung. Nein, 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 S-E. S-Q-F-A-E-S. Merken, 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 Merken. S-Q-F-A-E-S ... ... blablabla. Blablablabla Sob Assatur so böse Okay, das will nicht ganz leicht sein, jetzt ist gleich, aber egal Die Musik ist echt episch Die Musik beginnt mit mir Er ist sehr mies, was er gleich da macht Ich glaube, ich baue eine Barrikade auf Yep Komm 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 ich hoffe das rechte ist zum Erfolg wenn nicht so weiß ich nicht ob sich das wirklich ausgeht das ganze noch ein zweites mal durchzuspielen weil ich spiel jetzt was recht schon was mache ich jetzt? geschafft das ist so gut von dir gemacht so gut Kopfschüttel ahja jetzt haben wir gelernt den Vortex zu machen wo ist er? Nel äh nicht Mel macht Nelch keine Ahnung bis ich mach das nicht nach ah hier was haben wir hier? Eis Eis Schilde Eis das ist ein Vortex an den kann man auch füttern quasi damit der größte wird wieder wird einfach reingezogen und mit zunächst kann man ihn wieder äh zunächst kann man ihn wieder weg machen quasi okay es gibt kredite das ist gut das ist gut Mission äh Mission im was? Mission im Porniergehabe auf Deutsch ok ja also das war's ich habe die Herausforderung bestanden ich habe keine Ahnung wie lange das jetzt ungefähr ist ich glaube 3 Stunden habe ich ungefähr aufgenommen äh würde ich jetzt alles hochladen ihr werdet das schon noch sehen ähm vielen Dank fürs zusehen vor allem das euch den ganzen Mist angegeben habe äh gegeben habe sorry dafür dass ich so oft bei äh Fafnir gestorben bin ich weiß ich bin schlecht aber naja naja wir haben es jetzt geschafft ja ähm ja also vielen Dank aber wahrscheinlich werde ich noch ein ordentliches Playthrough machen vielleicht also nicht vielleicht ich glaube eher mit meinen Kumpels ein Solo-Playthrough glaube ich brauchen wir nicht haben wir jetzt hier gehabt ein paar Playthrough ok dann wie gesagt nochmals vielen Dank und wir sehen uns dann das nächste Mal bis dann